Hier ist es doch. Zitroneneis. Sex und Rock'n'Roll. Gute Eis am Stil. Ist ja wirklich ein Buch, oder? Das habe ich dir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, aber für Max. 8E ist der Lifestyle. Martin Flutsch, Juli 2018. Was zum Teufel, oder? Ich muss mir mal dringend die Filme angucken.